So, meine wunderbaren Freunde, wir sind wieder da, der Boden ist gewischt, haha. Auch eine kleine Wunde habe ich dann doch in den Finger von den Scherben, aber müssen wir jetzt durch. Ist mein Blut, ist mein Haus, ist alles gut. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Dach gebaut, ein bisschen Antenne gebaut. Niesers Zimmer ist jetzt fertig, das Schlafzimmer ist fertig inklusive Maggis Zimmer. Hier verbindet sich das Badezimmer. Ansonsten kommen jetzt die letzten drei Tüten, die alle Nummer 7 heißen. Ja, auf geht's. Yippie. Yippie. Der liegt ja vor mir. Ich glaube, das können wir erstmal in der Seite. Das können wir, ja, das wird gut. Das hält gut. Oha, das wird wieder ein langer Fahrt. Und wir dürfen noch mal fliesen. Das heißt Badezimmer ist grün. Aufbrüllen. Aufbrüllen, wenn wir aufbrüllen. Aber wir haben noch mehr fliesen. Na, natürlich. Da ist auch Lisa. Lisas Kopf. Genau. Und jetzt so steckt sie schon uns irgendwie. Oh je, wieder ganz viel Kälter. Ja, da stehen wir doch drauf. Deswegen, das wird Lisas Bett. Erzähl mir doch nix, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben gesehen. So, ich laufe jetzt mit Töpflüten. So, ich laufe jetzt mit Töpflüten hin. So, ich luge mal wieder ran, damit ihr was da los ist. Und da, die, da, die, da, die, da. So, Lisa, da kriegt ihr ihr rotes... Ach, kriegt ihr ihr Kleidchen. Oh, das ist schön. Das kannst du auch wieder machen. Dann zu mir Lisa dann. Ja. Ach so, ja. Da ist schon mal der Unterteil. Was ist der Unterteil? Die Beine, meinst du? Der, 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 meinst du? Braucht keinen Körper. Kannst du schon mal weiter machen? Braucht nur einen Kopf. Oha, das wird wieder gebaut. So, jetzt hoffe ich mal, dass das soweit okay ist mit den Bluten. Ich hab ja kein Bluter, uns hätten wir jetzt ein Problem. Was heißt ein Bluter? Ähm, dass dein Blut nicht gerinnt. Ach so. Das heißt also, es bildet sich keine Krustel, die dann die Blutung stoppen kann. Dann sollte man möglichst irgendwie zum Arzt oder so. Wäre nicht schlecht. Das wäre sondergerehr. Weil, ich weiß nicht, ob es bei allen so der Fall ist, auf jeden Fall ist da Blutgerinnungsmittel angesagt, denk ich mal. Da gibt's ja medizinische Vorsorge. Mhm. Kennst du das nicht, das war? Nee, hab ich noch nicht gehört. Okay, nee, das gibt's aber. Es ist durchaus gebräuchliche Krankheit, hätte ich mal gesagt. Also, zusammen Menschen auf der Welt haben das schon. Aber momentan ist hier Ebola im Anmarsch. Ja, richtig. Wir würden uns auch drauf freuen, wenn das so weitergeht. So, Lisa hat ihr Bruch. Jaaa, Lisa und ihr Kneidchen. Genau. Ich bin ja auch erstmal beiseite. Da, Radioactive Man, das gehört doch nicht zu Lisa. Aber das gehört zu Lisa. A plus. A plus. Das gehört an den Kühlschrank. Das gehört an den Kühlschrank. Ja, Radioactive Man gehört zum Bad zum Beispiel natürlich. Das ist der falsche. Hm. So, wie weit bist du da? Kann ich nur richtig einschätzen. 1, 2, 3, 4. Das heißt, die gehen nochmal da rum. Genau. Kannst du mir den einen da rüber geben? Ja. Das ist gut. So, dann brauchen wir nochmal so einen. Genau. Sehr schön. Ja, sehr schön. Genau. Und dann wollen wir nochmal einen 4er. Ja, der so riecht schon gerade. Das ist ein 6er, 4er, Kaffeemaschine, Klasse. Alles, was man jetzt nicht braucht. Riecht ja auch alles bei dir hoch. Ja, alles natürlich. Kompletto rapido. Okay. Weiter. War das doch schon alles? Der ist wirklich, ja. Also umdrehen. Ich darf das umdrehen. Sehr schön. So. I do, I do. Dann schau mal den. Bam, 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 bam. Das ist so lange, aber ganz schwer. Das ist so eine. Mhm. So, tack. Tack. Oh, ganz lange. Boah. Boah. Wie habt ihr euch das jetzt hier da? Das kommt ja jetzt noch. Ach so, oder? Ja, okay. Okay, 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 okay. Ich... Noch da dran. Genau. Nee, ist schon so richtig. Echt? Was? Ja doch, das wird höhenmäßig hinkommen, ne? Ja doch, das wird höhenmäßig hinkommen, ne? Das passt schon so. Interessant. Du bist schon wieder weiter. Es wird gefließt. Es wird gefließt. Hochfließen. Genau, den Dreier hier. So. So, Chef, dritte Haus für heute. Geht flott voran. Mein Stift ist auch wieder dabei. Ja, zum Befestigen von dem Schreibtisch oder so. Der Stift? Der Stift hat den Schreibtisch. Was hat der Stift heute gemacht? Der Schreibtisch befestigt. Er hat die Schnellkraft ausgelotzt. Gnadenlos. Das war's aber noch nicht. Gleich drehen wir rum und dann kommen noch mehr. Das denke ich auch. Natürlich. Das war ja zu befürchten. Zu befürchten. Zu befürchten. La la la. La la la. Hä? Also der ist er schon. Ja. Ich bin mal so frei. Ich mach mal drauf los. Ja. Ich weiß, wie das geht. Yeah. Yeah. Sagt er. Und macht viel leer. Yeah. Das ist ein neuer Song von Scooter. Von denen haben wir alleine nichts gebracht. Der hat jetzt ein Album draus gebracht. Er alleine der HP, oder? HP, ja. Warum macht der den alleine? Nee. Nee. Das war generell ein neues Album. Da hat mir ein Abyskollege erzählt. Ich wundere mich. So jahrelang nichts gehört. Klar, jeder braucht mal eine Schaffenspause. Das ist ja auch alles. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch normal. Das macht GM ja auch. Zumal sie sich ja auch. Zwei Jahre. Genau. Zwei Jahre Pause. Ach du gute Güter. Ja, ich mach mal die Brandung hier drin. Okay. Da wird ja eh alles grün. Da wird alles grün. Grün, grün, grün sind alle. Genau. Meine Krisen. Meine Krisen. Ich hab's gedacht, da kommt schon wieder die Tür rein. Ich hab's noch gedacht. Entschuldigung. Was machst du, wenn du dich hier jetzt mit einem vertust? Und Bingo. Knibbern. Oh, knibbern sie jetzt. Lego, bitte dafür mal was erfinden. Dass man die besser abkriegt, ja. Fingernäge. Ja, in der Tat. Hätte ich mir die gemacht, hätte ich heute Probleme. Oh, das tut doch noch so sauer weh, wenn du das zehnmal machst. So. Warum war das denn falsch? Weil ich dem einen versetzen muss am Anfang. Genau. Das hab ich mir dann auch gedacht. Fliesi, flasi. So, hast du schon. Kommt da mal nochmal eine Reihe dran. Und noch eine Reihe. Meine Güte. Und gleich haben wir alle Fliesen schon fertig. Und der Tisch ist nur noch halb. Oh Gott. Halb voll. Halb voll, genau, wollte ich auch sagen. So, lass uns schon mal stoppen. Ah, die weg. Hä? Ach so drei. Ja, zum Schluss erst. Ich dachte, da wäre noch zwei. Boah ey. Und jetzt kommt noch so ein Einer. Ja, nein, dann du ihn. Ich nehm ihn. Das ist auch so ein Ding hier. Ja. Ja, halt ne Krippe oder so. Mal gucken, was du siehst. Mal gucken, was das hier ist. So, das ist alles, ne? Ja. Ja. Wie geht's, Tombo? Genau. Ist ausgehärtet. Okay. Ja, das ist der ja Treppenaufgang. Das hab ich mir wohl schon gedacht. Ja, muss der ja auch mal wieder kommen, ne? Irgendwo müssen wir oben wieder rauskommen, zwangsläulich. Ja. Irgendwo muss man wieder rauskommen, ja? Das ergibt Sinn. Jetzt weiß ich nur nicht, gibt's da ne Ecke für... Nein, da kommt ein Einer rein. Okay. Der steht hier oben, der eine. Ja, ja. Hätte er sagen können, dass es ne Spitzchen in der Ecke gibt. Er hätte auch sagen können. Nein, hat Lego sich gedacht, machen wir nichts. Ja. Vier, vier, sech. Zwei Vierer. Den brauch ich nicht. Die brauche ich hier. Diese Bäuschen. Ähm, den her nehm ich mir mal. Lego könnte den Inhalt der Tüten auch farblich sortieren. Wäre mal spannend. Ja und dann? Statt nach Größe, nach Farbe sortieren. Alles was rot ist in einer Tüte und so. Weil jetzt ist der eher nach Größe sortiert. Ist das richtig? Nein. Ein Kegel. Einmal ein Kegel. Da ist noch einer. Ist das die richtige Farbe? Es gibt nämlich auch andere. Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Die nächste. Das ist rot. Und das ist pink. Dann nehme ich lieber den hier. Wer weiß wovon der noch ist. Der kann nicht da, sondern... Ja, ich weiß. Ich habe es gerade auch gedacht. Ist die korrekte, Mann. Aufpassen. Aufpassen. So. Dann habe ich noch was mit Augen drin. Mit Augen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ja, da wird ja da so ein Bild befestigt oder was auch immer. Ja, das ist immer noch das Treppenhaus. Also ich warte eigentlich auf Bilder. Ja, kommt noch, ne? Ich habe ja noch bei Kleber übrig. Also von Abe oder so. Oder von Maggie. Ja, das könnte gut hinkommen. Äh, die Umrandung kommen auch schon drauf mal an. So. Engel. Ne, das ist was anderes. Das sind... Da müssen hier die sein. Ah. Kannst du noch rein davon? Gut. Ganz lang. Ja. So. Dann können wir direkt daneben weitermachen. Den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. So, Vermutung spitzt sich hier zu. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Ne, der versetzt sich ein. Versetzt sich noch ein. Das habe ich zu spät gegangen. Der ist ja noch aufgefallen. Ja, ja, ja. Alles gut. Noch ist gut. Uh. Genau. Tor. Hast du grüne Wiese. Ach so. Da kommt ein Einer rein. So. Einer. Ein Zweier. Und zwei Sechser. Au. Jetzt legen wir mal Tempo rein. Ja. Ja. Wir machen immer Flutsch. Das einfach, ne? Äh. So sind die. So sind diese Viererflachen. Ja, genau. Da ist einer. Oh mein Gott. Da wollen wir noch mehr rüber. So. Sind wir durch, ne? Ja. Nee. Dritte. Doch. Dritte. 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 So sieht's aus. So. So. Da hat er hier dann ein Sechser drauf. Eine. Dann ist das nicht. Vierer. Sechser. Eine Ecke. Ich hatte vorhin eine Ecke. Wo ist meine Ecke? Da ist eine Ecke. Okay. Nehmen wir die, bevor die andere kommt. Aha. Vierer. Noch ein Vierer. Noch ein Vierer. Mhm. Ja, ja. Das schließt dann direkt ab. Das ist ein Kinderzimmer und das auch. Die liegen ja direkt Kopf an Kopf quasi. 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 Mhm. Ey, wir waren noch nicht fertig. Ich hab gesagt. Aber mach ruhig. Du bist doch fast dabei. Dann mach ruhig. War das ja aufständig. Ja, eben. Das ist kein Argument. So, jetzt kommt der Bursche hier drauf. Der Bursche hier drauf. Ich denke mal, da kommt auch der eine rein. Ach so. Ja, das könnte sein. Ja. Sieht man da jetzt zwar nicht, aber... Ach so, das ist ja hier erst. Ja, weil das sieht man da nicht, aber... Eins, zwei, drei, vier. Vier Fähigen. Eins, zwei, vier. Okay. Nein, zur Not kann man es immer noch rausnehmen. Wenn es da nicht hingehört. Aus welchen Gründen auch immer. Werden wir sehen. Da kommt bestimmt wieder so... Ne, kann gar nicht. Weil? Da kommt wieder so ein Doppelglasfenster mit Auge rein. Kann auch sein, ja. Und deswegen wird da wahrscheinlich wieder dieses Auge rein kommen. Ja, okay. Denk ich jetzt mal. Denk doch mal mit. Aber hier haben wir einen Fehler gemacht. Weil? Oder... Ach nee, das kommt noch. Ich werde das mal ganz langsam. Wo sind wir jetzt? Bei welchem Bild? Da. Dann sind wir jetzt da. Gut. Weitermachen. Kannst du sagen, wir haben keinen Fehler gemacht. Nein, nein. Ich habe gedacht, ich hätte was übersehen. So. Das meinte ich nämlich. Zack. Wer ist schneller? Genau. Wer findet zuerst das Glötzchen? So. Und da fehlt das untere. Das ist aber auch wirklich da. Von daher können wir das Getrost noch dabei packen. Mhm, 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 mhm. Dann können wir jetzt noch... Heißt doch. Da ist doch gar nichts. Da ist immer noch der eine. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und da ist noch... Stimmt, stimmt. Da hast du erreicht. Na, ich war auch schon am gucken, weil die eine Seite wird so gebaut ohne Ende. Und die andere Seite eher nicht. Aber die flachen. Warte mal. Na ja, das ist schon richtig. Der Rest kommt jetzt erst. Der kommt jetzt erst, ja. Und da musst du diese Augendinger dann haben? Hier. Wie spät ist denn gestern geworden? Gestern, ähm, zwei Uhr morgens. Also nicht so lange. Ja, ich hatte ja doch ein bisschen Sorge, weil du heute Morgen aus dem Bett gekommen bist. Hallo. Hallo. Ich bin's Tobias. Denk mal nach. Ach so, da sind zwei... Einer mit und einer ohne. Einer. Ja, stimmt. Da musst du ja irgendwie drauf achten. Hast recht, Entschuldige. Das wär's gewesen. Und hier oben hinten war's dann gebraut. Ja, das passt. Da müssen wir ja irgendwie drauf achten. Nein, ist richtig. Da hab ich nicht aufgepasst. Wie so oft heute. So, wieso hab ich hier jetzt vier über statt drei? Ja, ich hatte vorhin drei übrig. Was hast du da geändert? So, jetzt passt es. Hat ich doch vorhin schon so gemacht? Ja, das war die nächste Date schon. Ja, macht ja nichts. Wenn hier wieder eine weiter. So, ich darf wieder klären. Du darfst die Tür machen, dann gucke ich mir mal die andere Seite an hier. Keep out. Ja, das kann nur Bad sein. Kann nur Bad sein, ja. El Barto. Wobei man das Lisa manchmal auch zu tun würde. So, ab und zu hat's auch eher... Minuten... Wo sie, denk ich mal, ganz gerne irgendwelche Sachen über die Hände schmeißen möchte. Klar. Und die andere Tür. Nee, da ist das andere schon beklebt. Was dann? Pink ist etwas. Pink ist etwas. Pink ist etwas. Ah, tatsächlich. Was ist das denn? Das ist ein Radio. Radio. Hat Bart ein Radio in seinem Zimmer? Das ist von dieser bestimmt. Das ist so... Ja, weil sich das vermischt jetzt. Das vermischt sich jetzt auch. Das ist gar nicht so einfach. Ich denke mal, ist das ein Radio. Das ist mal richtig. So, irgendwo fliegt noch eine Antenne rum. Das ist keine Antenne. Ah, ich hab's ja. Dann ist ja gut. Ich hätte ihn noch eine gehabt. Ah, das passt auch da rein. So, dann kommt hier der Deckel drauf. Genau. Dann kommt der dunkelblaue Flache und... Den flachen habe ich den mit Pinockel noch nicht. Danke. Dann wollen wir fragen, wo der noch liegen kommt. Wird er noch höher. Ach, du gute Gehör. Da werde ich jetzt nicht erinnern. Ich auch nicht. Ja gut, das andere Regal war gerade auch so hoch, ne? Hm, stimmt. So, was haben wir denn da? Sowas hier. Mit was Schwarzem vorne drauf. So was hier wahrscheinlich. Das ist aber hellblau. Da. Was immer das wieder sein soll. Bücherstapel. Merkwürdiger Bücherstapel. Könnte natürlich sein, klar. Oh Gott, das war ein... Oh, Parfüm. Also hier, das eine könnte Tinte sein und das waren die... Ach, ich habe das falsch drauf gesetzt. Deswegen ergibt das auch keinen Sinn. Wollt, dass ich die verhofft einfach mache. Ich hatte das einmal gedreht. Hm. Habe ich in der Hand, habe ich in der Hand. Ach, du hast den Löst schon gemacht. Ja. Außer jetzt die roten... Diese zwei roten... Ach. Pümpeln. Das ist ein Helm. Da kommt ein Helm drauf. Hat Bart einen Helm? Könnte sein. Geht ja auch sonst so viel Kram. Aber ja. Aber dass der ein Radio hat? Nee, glaube ich nicht. Aber es kommt in den Bartzimmer. Er kommt in den Bartzimmer. Komisch. Und zwar... Bei der Keep-out-Tür. Nee, da kommt das hin. Ich habe eine andere Sicht hier. Ja. Oha. Jetzt kommt der ganze Kleinkram. Ja, muss ja auch sein. Muss auch sein, ja. Die ganze Möbel-Einrichtung. Das sind halt die 5 Millionen Teile. Ja. Und so. Jetzt ist der Schreibtisch. Das ist gar nicht richtig, was ich hier gemacht habe. Ich habe den Fall schon genommen. Den brauche ich. Deswegen sah das farbentechnisch auch so komisch aus. Da kommt auch so ein Spatz, oder? Ja, da kommt halt das Comic drauf. Das ist eine offene Schublade jetzt dann gleich. Ich weiß dann was sagen. Ja. Ja. Dieses Radio-Active-Ding. Man! Radio-Active-Ding. Hier ist die Kanne. Hast du jetzt Schublade? Eine. Eine andere kriegst du ja nicht. Die zweite ist verblendet. Da kommt noch eine Blende drauf. Und zwar diese ja. Genau. Cool. Dass man denkt, dass die ausgezogen ist. Und die kommt direkt an den Boden. Hier sind ja extra zwei Pinneppel, damit du es hochhältst. Stopp. Ich kipp. Du machst den Stuhl. Ich baue einen Stuhl. Jawoll. So. Wieder mal aufgepasst. Ikea. So baut man einen Stuhl. Und nie erlassen. Habe ich auch nur so reinschieben. Der kommt auf den braunen. Ach, das ist eine Pinnwand und Krusty. Krusty können wir schon mal aufhängen. Ja. Die kommen... Genau. Da sind diese vier Gedingspunkts, Gedöns. Ja, sicher. Passt. Cool. Das Motiv passt ja auch zur Wacht. Jetzt kommt Bart's Bett. Ja, jetzt kommt Bart's Bett. Das mache ich jetzt aber wohl auch. Betten kann ich offenbar gut. Das hat sich vorhin ja schon als Bewert herausgestellt. Dann müssen hier noch zwei Platten sein für die Beinbilder. Ich frage welche Farbe. Da muss ich warten. Das kann auch neutral sein. Können auch die braunen hier sein. Nein, den wollten wir nicht. Äh, doch der bleibt frei, das passt. Ja. Diese Dinger hier. Oder das Ding. Da ist es. Ich hab's Zeit. Da ist es, genau. So, da kommt hier ein Orangener drauf. Dann brauche ich den weißen. Dann brauche ich den weißen. Dann brauche ich den roten. Und dann brauche ich den roten. Und den blauen. Und dann brauche ich die beiden hier. So, was haben wir da? Das sind diese Kusenböden. Darum brauche ich den anderen auch noch. Und dann brauche ich den Purschen hier. Den Purschen hier. Den Purschen hier. Na, Kopfschmerzen. Und dann brauche ich lauter lila Zeugs. Ja, Täter ja. Ja, genau. Ups. Ab ins Treppenhaus. Die Platte brauche ich noch nicht. Noch nicht? Nein, einen brauche ich noch da. Ist er. Jetzt kommt die Platte, das Kopfkissen. Sekunde. Ja, das Kopfkissen, genau. Ähm. Au. Jetzt geht da verkehrt drum. Sekunde. Ja, klar. Ich bin schon wieder woanders. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht. Da kommt der hier drauf. Dann kommt sowas da rein. Das ist das Fußende. Genau. Dann kommen so kleine Sachen noch oben drauf. Die Spitzen noch. Und dann die Spitzen noch. Die sind diesmal richtig rum. So. Das dürfte Barts Bett sein, was noch nicht fertig ist. Da fehlt noch hier dieses Orangenen nach vorne, ne? Ja, da ist es doch. Die Schublade oder was das ist. Das soll eine Schublade da sein, ja. So, dann kommt noch was drauf. Natürlich. Und was soll das denn darstellen? Eine Blume oder was? Eine Leselampe. Eine Leselampe. Ja, eine Leselampe schon. Bart und Blume. Weiß es ja nicht. Weiß es nicht. Kann alles sein. Das ist schon richtig. Aber es ist im Grunde auch ein Würstchen, was wir schon auf dem Kranke nicht haben. Richtig. Aber es ist jetzt ein gelber, ne? Würde ich behaupten. Kein weißer. Das ist ein gelber. So. Und damit. Ich zoome euch das noch mal einen Ticken ran. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hätten wir Barts Bett. Cool. So, das stellen wir auch direkt in sein Zimmer. Ja? Ja, Fenster habe ich auch schon. Ähm, wo käme das hin? Da wahrscheinlich... Sowas? Ja, wo sieht das auf jeden Fall... Ja, das kommt nicht ins Fenster. Das kommt... Ich sehe es auch gerade so rum. So hin, genau. Ach, hast du die Fenster schon eingebohrt? Die Fenster sind schon eingebohrt. Da stimmt doch was nicht, mein Freund. Warum nicht? Du hast den Fuß vergessen. Stimmt. Den Fuß hast du vergessen. Wo ist der Fuß? Fuß, da. Deswegen doch. Hätten wir nämlich wieder eine Ritze gehabt. Ja, Entschuldigung. Diesmal wäre es auch schlimmer gewesen. Ja. Sind wir mit dem Rest schon fertig? Ja. Okay. Deswegen klebe ich schon mal hier Elb und... Ja, im Treppenhaus, genau. Das passt auch super. Das hätte ich jetzt irgendwo auch sehr schade gefunden, wenn das gefehlt hätte. Aber das ist dann doch sehr... Detailliert. Das finde ich dann schon mal sehr gut. Äh... Seht man ja auch, wenn... Ehm... 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 Sonst kommen wir jetzt in... Ueg... Ehm... Ehm... Oh nein... Bart! Dein Dach bricht ein. Mach nix, kenn ich schon. Das stimmt. Hat schon passiert. Sein Dach? Das Dach passiert noch nicht. Nö, noch nicht. Kommt noch. Für die, die da schreiben. Neue Idee. Barts neues Dach. Ach, den einen hast du schon. Ich suche grad den Vierer. Hm, sieht für dich auch noch. Da ist er. Da ist er. So, dann sind wir hier auch durch. Jetzt da, genau. Ach, das ist für die Tür hier oben. Ja. Was soll das? Es lichtet sich, merkst du da? So, dann kommt hier ein Einer drauf. Dann kommt hier ein Zweier drauf. Voll weggeschnappt. Ja. Und nochmal hier. Bam. Da fehlt auch noch hier. Wumms. Deswegen sag ich's nicht. Irgendwas fehlt da. Richtig. Irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da. So. Und jetzt kommt hier oben der Spaß. Lalalala. So. Und nochmal so ein Vierer. Und nochmal so ein Vierer. Sam. Mo interval hier. Nochmal so einen Vierer. Ich mach mal so einen Vierer. Und nochmal so ein Vierer. Der kommt halt hier drauf, aber das soweit sind wir noch nicht. Nein, da kommt noch einer. So, noch einer. Der kommt schon mit dem Abschluss hier. Und noch einer. Und hier oben? Da oben kommt der Dachfaden oder was anderes. Um es mit Hummer zu sagen. So, dann sind wir durch. Da ist er. Jetzt ist er. Na, soweit sind wir jetzt aber noch nicht. Ja, doch. Doch, das ist jetzt wieder so ein Bild, wo nur dieser Olle Balken dran kommt. Es geht voran. Jetzt kommt Schreibtisch. Wahrscheinlich von Lisa. Das ist noch von Lisa, da hast du recht, ja. Weil es so rosa ist. Du mit deinem, wie soll ich sagen, stereotypischen Ding. Ja. Das ist rosa. Das kann nur von den Mädchen sein. Aber so ist das ja nicht mehr. Überhaupt nicht. Kannst du das so nicht sagen? Nee, ich hab schon Kunden erlebt, die Mann waren, aber trotzdem. Die Mann waren. Es ist halt, ich sag mal, wenn man heutzutage Kinder kriegt, ist es nicht selbstverständlich, dass die eben ein blaues Zimmer haben und die Mädchen halt pink ist oder so. Ja, find ich auch gut so. Klar, und die Simpsons unterstützen die klassischen Einstellungen noch. Aber mein Gott. Glauben sie sich alle wohlfühlen, ist alles super. Genau. Da ist jede Familie wieder anders. Hat Bart nicht sogar auch mal mit einer Puppe gespielt? Mhm, hat er. Genau. Also von daher, alles halt so schlimm. Selbst wenn Bart schwul sein sollte, wie Huma schon mal befürchtet. Fähig. Ja, der kommt hier rein. Der kommt da rein. Der kommt da rein. Ist ja auch dieser Zimmer, deswegen. Ja, das kommt hin. Was hast du jetzt gebaut? Ach so. Ja, ja. Ich hab den nur schon mal vorbereitet. Ach, da kommt ein Spiel. Das ist ja cool. Das ist aber schon ein bisschen weibisch, oder? So, jetzt hab ich's gesagt. Weibisch. Ja, sagt man so. Der Rucksack wird nur so da hingelegt. Ich denke, der wird immer wieder ab. Ja, ja. Hm. Hm. Find schon irgendwo Plätze. Ich sag's noch. Kannst du das Studio auch schon mal zusammenbauen? Ach, den hast du schon. Ich sag ja, der Rucksack wird dann nur hier so. Was ist das hier im Reif? Ein Lenkrad? Ach, komisch. Hier ist ja schon. Hingestellt. So, ich muss hier die richtige Höhe finden. Wahrscheinlich so. Eine Kamera. Das ist für die Kamera. Eieieieiei. Jetzt finden wir hier die richtigen. Aha. Ne. Irgendwie. Junge, Junge, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Sehe dir deinen Kudel an. Der hat wenigstens ein Auto. Oder so. Ja, so geht's zwar nicht, aber fast. Doch, das kommt auch drin vor. Ich klicke das mal hier so rein, dann fliegt das nicht weg. Und was hast du da? Eine Kamera. Und die Böse kommt wieder runter. Lisa und eine Kamera? Lisa und eine Kamera. Strange. So, jetzt kommt das Dach. Jetzt kommt das Dach. Ne, jetzt kommt erst draufsetzen. Na gut, das Dach kommt hier dann drauf, aber... Aber erst... Ja, man kann es halt... Wird das drauf gesetzt, genau. Es wird halt wirklich nur... Wie so ein Puppenhaus halt, ne? Da kannst du ja... drauf gesetzt. So. Tada. Cool. Ja, machen wir das Dach. Ja, das Dach. Da, da, Dach. Das letzte Dach. Ja, machst du wieder die eine Hälfte. Ach, das ist ja nur eine Hälfte. 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 Oh, das ist... Das sieht auch schon wieder kompliziert aus. Sowas hier. Ne, das machen wir zweimal, ne? Zweimal, deswegen habe ich das ja... So. Das wäre doch gelacht mit diesem Dach. Dann können wir den eben hier drunter packen. Ja. Ja, das ist immer nicht stabil, das, ne? Wenn man dann... Geht ja dagegen... Und dann... Ja, doch. Oh, ja, Zunge. Sieht ja echt irre aus. Aber sehr kompakt. Mir gefällt die Größe sehr gut. Das ist sehr kompakt, ja. Ich mag was, wenn die Sachen kompakt sind. Alles drin, aber halt kompakt, weißt du? Finde ich cool. Halt war es, ja. Noch mal drei? Haben wir das richtig gemacht? Doch, das sind drei und das sind auch drei. Doch, das ist richtig. Wir müssen längs halten, ne? Habe ich jetzt gerade auch gemerkt, ja. Keyboard. Sehr cool, sehr cool. So. Schlusen mal wegmachen hier. Wenn wir in das Haus... Ah, komm, kannst du so richtig reingucken, ja. Wenn das Haus aber seinen Platz hat, dann ist auch da stehen, ja. Au, da können wir was machen, ja. Da können wir was machen. So, ein paar Zweier dazwischen. Genau. Da war kein Zweier dazwischen, ja. Da war kein Zweier dazwischen. Nein, da nicht. Fingernägel! Ja, das ging ja auch, ne? Das ging auch. So. Turnaround. Äh? War da ja kein Zweier dazwischen? Achso, doch. Ich dachte, den hättest du reingemacht. Ich dachte, da wärst du schon soweit. Also. Wunder mich schon. So. Jetzt kommt die Gurschen. Oh, jetzt bauen wir um die Wette, oder was? Wettrösten, ja. Wettrösten. Noch nicht in Russland. Ja, schön. Wir sind schon wieder an der Seite. Warte, brauche ich den her. Oder? Ja, doch. Ich denke schon. Genau. Nein, das wird einfach. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Wie, glaubst du nicht? Nein, das glaube ich dir nicht. Weil normalerweise überlappt sich das immer, und das tut es hier nicht. Genau. Faltung. Ich würde eher sagen, so. Genau. Richtig. Ja, so ist schon richtig. Da ist ein kurzer drin. Du hast... Ist der lange, ist falsch, oder? Der lange ist falsch. Ja, dann passt das nämlich auch. Okay. Nee, das haut immer noch nicht hin. Was? Was? Da kommt nochmal ein kurzer rein. So ein Sechser. Irgendwo haben wir uns verflaselt. Ein Sechser, ja. Passt du auf. Hä? Okay. So. Die letzten Schirmchen. Die habe ich ja schon vorbereitet. Ja, ich habe ja mal was vorbereitet. Ich glaube nicht, so we take. Hä? Ja. Ach. Mann. Der Risskontroller wieder weg. Fertig. Dach drauf. Ist das richtig so? Na, andersrum kann es ja. Jetzt musst du noch auf die Garage dran, und dann hast du es. Ja. Haben wir noch Zeit? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, den fertigen Board zeigen wir euch in der nächsten und letzten Folge. Bis dann. Hihi. Hihi, genau.